willkommen zurück zu new super luigi u weiter geht's hier mit der letzten welt na wo bist du denn da superstar boulevard feuerfrei neun level erwarten uns ich werde auf jeden fall mal abwechseln spielen gelber tot blauer tot luigi und dann genauso weiter wir gehen wir aber hier mit den ersten knochenbarn im blumenmeer das kann ja was werden das macht was für mario der block gehört erhalten alle spielbaren charaktere die bewegungsabläufe aus über mario der effekt hält bis zum verlassen ist ok das fand jetzt kann ich gar nicht so herstellen als vorher und das ist bin ich gar nicht vielleicht ist natürlich auch besser bei dem level aber wie wenn sie hier ist natürlich auch klassisch war vorher auch schon ohne checkpoint haben wir uns jetzt schon dran sind ohne check und ganz spät kann sogar einfacher sein wo soll ich darauf unten mittel oben krank da war die dritte ok kann ich sogar einfacher muss sein jetzt nur durchkommen die ritte münze einsacken und dann geht auch weiter zum nächsten level also die dritte war auf der unteren bahn ist aber warum springe ich denn da soll ja man kann auch schnell runter aber dann kann auch überspringen ok das kann natürlich jetzt auch sehr lange dauern ich werde auf jeden fall begreift voll drei level in der folge machen oder vielleicht und wir können auch die helft aber schon jetzt runter egal wenn es richtig gut laufen würde hat man sogar komplett dritter versuch weil es in ordnung vier minuten perfekt noch nicht mal vier minuten so man ich weiß ob ich in zeit auch wenn ich jetzt immer hin und herzwecken ok schalter panik ja das war das jetzt als zweite teil ach du scheiße ok da muss ich auf jeden fall runterrutschen aber wie komme ich an die münze ja so nein ja so nein ok eigentlich sinnvoller ohne piz weil sterben tue ich so und so bin ich eingequetscht werde frage komme ich als klein an die münze nein so nicht egal wir laufen erstmal auf die münze ja auf die münze ja ein paar gegner ja cool ab drin sind kurz ah nein vor das ist natürlich wieder ein level zweite münze also mehr zur hälfte war schon geschafft ja so so einfacher ich komme ich kriege diese scheiß münze nicht weiß ich wie groß sein ist scheiße kommt ja nicht durch gerutscht als klein kriegst du die münze nicht draus pendeln geht ja nicht scheiß auf die münze erst mal wirklich ehrlich erstmal durchkommen die zeit 1. und 3. von mir aus abspeichern, ey. Wie kann man sonst da ausweichen, wenn man klein ist? Gar nicht. Okay. Das ist nur noch durchkommen. Aber es bleibt ja trotzdem, ich habe durch die Gegner laufen. Jetzt aber eine perfekte Versuch. Okay, einmal noch so. Einfach durch den Gegner laufen. Ja, genau. Weiß was? Ihr könnt nicht mal. Ich weiß nicht, ob es anders gehen soll. Ich hole es jetzt. Oh ja, nice. Und wir haben jetzt ungefähr 6,5 Minuten fast gebraucht. Noch in Ordnung. Puh. So, dann nehmen wir jetzt Luigi. Hinab zu den Sternenmünzen. Der hat da will ich auch hin. In die Scheiße. Zum Geißerwasserlevel. Oh. Oh, 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 oh. Ah, Münze. Volles, geht. Noch geht's. Okay, die dritte ist da. kriege ich die sohn, ey, die haut ab. Schwimm, schwimm, gönn sie die, ja. Ich muss da jetzt hoch, oh, oh, yes. Wie nennt man mich auch? Ah, hier eine Unterfallung zu sterben. Kurzer Auftritt für Luigi. Ah, den, dich sehen wir nochmal zweimal, also keine Hugs. Joom! Siehste, einein und halb Minuten Level fertig, easy going. Du dum dum dum. Hehehe, Feuerblume. Okay, Gelber Tod. Kalross Kanal. M-Münze? Nein. Das Wasser Level war einfach. Ach du Scheiße. Ich wurde getroffen vom Schneekugel. Ja, ja, ja. Kann nice werden. Du hast ja so eingebaut haben mit dem Mario Block. Ja, kann man machen. Aber wir haben es bis jetzt auch alle Level geschafft. Warum nicht auch die anderen? Aufwarten werden, aufwarten, mal hoch, gehen wir zum nächsten Mal. Wiem! Wieder von rechts kam die Kugel. Okay, Konzentration. Luigi will schnell wieder das macht sich einfach weg die können aber nerven keine münze okay dann vielleicht auch grünen münzen das muss einfach sein jetzt kann ich den münzen noch nicht mal wieder hochgekommen wie geil ist das denn richtig geiler fein springt auf schneeball und dann rot feierblume wäre jetzt auch neu oder irgendwas zum fliegen ich hab's gesehen ich wollte die scheiß münzen am sterbe das kann doch nicht wahr sein dass man von der schneekur gekillt wird es ist schnee wir hängen jetzt an level 4 konstration und dann ist es durch ich will diesen block auch nicht aktivieren noch nicht mal grünen münzen kannst du einsammeln so schwer es kann nicht einfach ausrechnen wo ist denn die Dinger hier ja vergiss es lass dich grünen jetzt lass dich grünen jetzt lass dich grünen jetzt lass dich so kurz ne einfach jetzt wie kein kommentar kein kommentar einfach ich dachte ich wär schon weg bleibt da stehen dann ja ziemlich einfach sein aber nein du denkst du extra welt auf zeit muss schwer sein warten bis sie runter kommen dann hoch ja dann sind sie weg alter so richtig dumm luchi ist dann rechts ha daneben mein Freund ich weiß nicht was in den münzen jetzt drin wäre naja geschafft weiter zum nächsten da spielen wir auch noch mit dem blauen tot wonder baustelle let's go so hauen ab gehen wir auch nicht zu schnell ich gebe es wo es war ziemlich eindeutig der block jay luigi ok first try tot das war sehr einfach muss man ja zugeben das war vor war ja auch nicht so schwer mein kopf hat einfach gesagt es ist schwer gut dann gehts jetzt weiter mit luchi wieder aber nicht mehr heute geht weiter sondern in der nächsten folge da werden wir dann das spiel beenden mit dem letzten level und auch was was ich noch wollen werde das werdet ihr dann sehen hier einfach mal sage ich danke für das zuschauen ich bin der Fazit bei Fiktenchat und tschau